Cougues-les-Pens ist eine französische Gemeinde mit 4.947 Einwohnern im Département Bouches-du-Rône in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Geografie Die Gemeinde liegt zwischen dem 12 Kilometer entfernten Aubagne und dem 18 Kilometer entfernten Lebe-Ausset. Geschichte Um 25.000 v. Chr. bildete sich in der Nähe des heutigen Ortes ein See, dessen Größe schwankte. Vor 8.000 Jahren hatte der See noch eine Fläche von rund 60 Hektar, während es 3.000 Jahre später sogar 4 Quadratkilometer waren. In der Mittel- und Jungsteinzeit siedelten sich einige Familien an dem See an. Während der Kupferzeit siedelten Menschen in Hüllen in den nahegelegenen Bergen. Das Entdeckung von Rohren, Fliesen und anderen Fundstücken zeugt von der Besetzung des Gebiets durch die Römer. Die Zeit der Völkerwanderung war sehr instabil und gefährlich. Daher sammelten sich einige Familien und siedelten am Pec du Kuget. Im 11. Jahrhundert wurde auf einem Hügel das Castrum de Kuget gebaut. Daraufhin siedelten sich die Einwohner des Ortes am Fuße der Burg an und wurden somit auch Untertanen des Burgherren. Ab 1165 war der Ort von den Grafen von Marseille, die gleichzeitig auch die Barone von Aubagne waren, abhängig. 1220 wurde die Burg und mit ihr der Ort an den Marseiller Kaufmann Guillaume Vivout weiterverkauft, dessen Familie bis 1435 der Besitzer blieb. Dann wurde der Ort an Barthelemy de Basquey weiterverkauft und 1448 an Antoine de Glantivs erneut verkauft. Seine Familie blieb dann bis zur französischen Revolution Besitzer von Kugelslepins. Die letzte Herrin, die den Ort 1772 erbte, war sehr konservativ und lehnte die Ideen der Revolution rundum ab. Im Sommer 1792 wurde die Burg schließlich gestürmt. Dabei wurden etwa drei Tonnen Weizen, zwei Tonnen Kapern und mehr als 1000 Hektoliter Wein geplündert. Doch die Herrin gab nicht auf Unbefall die Rückgabe der Gestohlenen Waren. Als die Bürger am 8. Januar 1793 von dem Erlass erfuhren, stürmten sie die Burg. Die Wachen versuchten nicht, sich ihnen zu widersetzen. Die Dame war jedoch bereits geflohen. Am selben Tag wurde ein Schlossturm durch einen Brand zerstört. Angeblich war dieser zufällig durch ein unkontrolliertes Kaminfeuer verursacht worden. Als 1793 die Stadt Thulun von Napoleon belagert wurde, mussten die Bewohner von Kugelslepins Nahrung und Ausrüstung liefern. Die Burg wurde 1794 und 1795 zu einem Lazarett umfunktioniert. Hier starben in dieser Zeit 173 Soldaten. 1794 heirateten in Kugelslepins Josef Bonaparte der Bruder Napoleons und Juli Clary. Kultur und Sehenswürdigkeiten Kapelle St. Antoine Demografie 28% der Bevölkerung sind 19 Jahre alt oder jünger. 5% der Bevölkerung sind 75 Jahre alt oder älter. 3% der Bevölkerung sind 1935 mit 20ана. Das ist ein Dologer St. Antoine Anweser 3% der haben de inweselten 3% der Welt. 3% der Welt. 3% der Welt. 5% der Welt.